Musik Wir sind in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin und zwar an einem ganz besonderen Ort, nämlich im Miniaturenkabinett. Miniaturen sind, wie der Name sagt, obwohl der Begriff ursprünglich von was anderem herkommt, aber wir verknüpfen das so, Werke kleinen bis sogar allerkleinsten Formates. Und wir beschäftigen uns heute mit einem ovalen Werk, nur wenige Zentimeter groß, das einen Herrn zeigt. Geschaffen wurde das Werk von Karl Friedrich Thienpont. Das ist ein Name, der heute nicht mehr im breiten Bewusstsein ist, der aber zu seinen Lebzeiten im 18. Jahrhundert, als er hier in Berlin arbeitete, ein außerordentlich geschätzter Maler gewesen sein muss. Er wird jedenfalls von Zeitgenossen ausgesprochen lobend erwähnt. Welchen Zweck haben solche Miniaturen? Ebenso wie das kleine Objekt von Thienpont zeigt diese Vitrine eine Fülle von Porträts. Das heißt, Miniaturen, kleinstformatige Werke waren besonders beliebt für Miniaturen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen müssen wir uns klar machen, dass auch das finanziell aufstrebende Bürgertum des 18. Jahrhunderts durchaus nicht die finanziellen Mittel hatte, sich regelmäßig von Hofmalern in großen Formaten, in lebensgroßen Formaten wiedergeben zu lassen. Zum anderen hat das kleine Format den großen Vorteil, dass man es leicht transportieren kann. Man kann es mit sich tragen und man kann es verschenken. Da spielt übrigens eine ganz große Rolle das Verschenken von Bildern oder das Präsentieren von Bildern. Zum Beispiel in der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, wo bekanntermaßen dem Held der Fabel ein Bildnis gezeigt wird, worauf er mit der berühmten Arie, dies Bildnis ist bezaubernd, schön reagiert. Häufig ist das heute auf den Opernbühnen ein relativ großes Bild. Wir können uns aber vorstellen, dass Mozart vielleicht selber ein Werk solch kleinen Formates im Sinn hatte, als er diese Stückmelodie komponiert hat. Ich habe bisher immer davon gesprochen, dass wir ein Objekt und ein Werk vor uns haben und einen Begriff nie verwendet, nämlich den Begriff Gemälde. Das kleine Bildchen ist nämlich kein Gemälde klassischen Typus, also Öl auf Leinwand oder auf Holz, gegebenenfalls auch Farbe auf Elfenbein, was bei Miniaturen gar nicht so selten vorkommt. Es ist in einer besonders aufwendigen Technik geschaffen. Es besteht nämlich aus Emai. Mit anderen Worten, es ist geschmolzenes Glas, das auf einer Trägerplatte aufgebracht wurde, wobei die Trägerplatte bereits ein wenig gewölbt ist und das ist am Ende natürlich dieses kleine Porträt auch. Das hat übrigens unseren Kameramann in nicht unerhebliche Schwierigkeiten versetzt, denn ein solches Werk ohne Spiegelung aufzunehmen ist extrem schwierig. Deswegen mein Rat an alle, die dieses Video sehen, kommen Sie bei Gelegenheit in die Gemäldegalerie, um sich das Werk im Original anzusehen, dann stören einen kurioserweise nämlich die Spiegelungen auch nicht mehr so heftig. Erworben wurde es 2011 durch den Kaiser Friedrich Museumsverein, dem sehr verdienstvollen Förderverein der Gemäldegalerie und der Skulpturensammlung, gegründet von dem sagenhaften Museumsdirektor Wilhelm von Bode und seit über 100 Jahren für die beiden Sammlungen tätig, nicht nur für Erwerbungen, sondern auch für Unterstützungen etwa bei Ausstellungsprojekten. Es ist ein großer Glücksfall, wenn man weiß, wer der Dargestellte ist. Unglücklicherweise wissen wir das in diesem Falle nicht. In anderen Fällen wissen wir es, die beiden darüber hängenden Porträts sind auch von Teen Pond, da wissen wir, wer die Dargestellten sind. Manchmal ist es auf der Rückseite oder sonst wo notiert, manchmal wird es auch einfach durch die Eigentümer tradiert. Aber in einer sehr großen Zahl solcher kleinen Miniaturen haben wir leider keine Ahnung, die Dargestellten, die Porträtierten bleiben für uns anonym. Und das ist auch hier mit Sicherheit der Fall, dass das so bleibt. Denn die Wahrscheinlichkeit, nochmal ein weiteres Porträt dieses uns unbekannten Herrn zu finden, die uns dann seine Identität entschlüsseln lässt, ist relativ gering. Wir genießen das Kunstwerk und verneigen uns vor einem wunderbar dargestellten, sehr charmanten, aber uns unbekannten Herrn. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020